Hallo Michael, ich bin jetzt hier mit deinem Bergstutzen, ach Bergstutzen, Bockdrilling auf dem Schießstand. Aber das Zeisslas drauf, das hast du ja schon gesehen. Jetzt habe ich von dem Kunden Evo Green 3006 und 5,6x50R Magnum S&B bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo das schöne Gewehr damit hinschießt. Hier schießt zuerst die große Kugel, also du hast gesehen, die Scheibe war kein Schuss drauf, die große Kugel. Und dann die zweite hinterher, also die kleine. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Also die kleine, das war der zweite Schuss, der ist voll in die Zehen, der 10,6 und der große ist etwas Hochschuss. Das sind 9,3. Das müssten so ungefähr 4 cm sein, ja. Das passt perfekt soweit. Also anscheinend schießt das Gewehr auch geradeaus, also das ist ja schon mal toll. Und die Läufe zusammenfallen, das ist wichtig. Dass die Läufe schön zusammenfallen.